die dauphin zeiger sind mit leuchtmasse ausgelegt die uhr ist ein dresser und hat trotzdem leuchtmasse und die leuchtmasse leuchtet wie schaut es euch einfach nachher im video an dann seht ihr wie die uhr leuchtet hallo und willkommen bei watchmax des uhrenvideos mein name ist axel und ich freue mich dass du wieder reingeklickt hast ich habe eine neue uhr es ist die jean marcel accuracy und ja ich habe auch ein video eine woche am arm gedreht das kommt aber etwas zeitversetzt zu diesem hier in dem video möchte ich dir die uhr im detail vorstellen es ist wie man unschwer erkennen kann ein dresser aber ein in mancherlei hinsicht etwas außergewöhnlicher dresser und da möchte ich gerne auch im detail darauf eingehen ich habe die uhr direkt bei jean marcel gekauft im rahmen der black friday week der normale verkaufspreis liegt bei 495 euro im rahmen der black friday week habe ich 25 prozent rabatt bekommen wie jeder andere auch bekommen hätte also ich habe da keine sonderkonditionen und habe unterm strich bezahlt 371 euro und 25 cent die uhr wird ausgeliefert mit dem hier gezeigten ganz ganz hellbraunen ins gräuliche gehende lederband und einem dunkelbraunen lederband einer box sowie einem kleinen band wechsel werkzeug in meinem video eine woche am arm werde ich alle diese teile zeigen die sind aber jetzt schon im keller darum habe ich die nicht mehr hervorgekramt um die zeigen zu können es ist aber im wesentlichen auch vergleichsweise uninteressant das interessanteste an dieser uhr was den papierkram die box betrifft ist das c usc zertifikat denn die uhr ist quarts getrieben und hat ein c usc zertifiziertes quarts werk verbaut das finde ich in der preisklasse sehr angenehm und die uhr insgesamt finde ich wirklich schön anzusehen und was mir sofort aufgefallen ist dass der sekunden zeiger die minuten indizes beinahe immer sehr genau trinkt trifft trifft in ganz seltenen fällen liegt er einmal leicht daneben aber nirgendwo ist er komplett daneben oder sogar mittig zwischen den indizes und das finde ich wirklich gut denn bei manchen quarts uhren ist das doch sehr störend wenn der sekunden zeiger irgendwo ist aber nicht einmal in der nähe der indizes das ziffernblatt ist ein ganz ganz helles zartes blau ich finde es viel heller als auf den produktfotos von jean marcel im internet aber es ist wunderschön leider ist dadurch die uhr nicht so wandelbar was bänder betrifft weil das ganz helle blau limitiert natürlich die kombination deutlich die uhr hat dauphin zeiger einen durchmesser von 41 millimeter hat eine band anstoß breite von 20 millimeter und eine gesamt bauhöhe von 8,5 millimeter verbaut ist das eta f06 411 in der chronometer version und jean marcel verspricht dass die uhr damit eine gangabweichung von unter sechs sekunden im jahr hat auf der frontseite ist verbaut ein silizium sikal an aluminium sikalat glas ein aluminium sikalat glas das soll härter sein als normales mineral glas aber nicht so hart wie saphir glas im markt ist es bekannt unter dem markennamen gorilla glas als glas was auf der frontseite von smartphones häufig verwendung findet schauen wir doch mal wie die uhr mit ihren 41 millimetern an meinem 17 zentimeter handgelenk sitzt da mit handschuhen ist es manchmal etwas fummelig die schließe zu zu machen da muss man ein kleines bisschen rum tricksen aber ihr könnt sehen dadurch dass die uhr eine sehr schmale lünette hat und auch relativ flach ist wirkt sie an meinem 17 zentimeter handgelenk doch relativ groß mit ihren 41 millimetern durchmesser aber ich finde ich kann sie noch wirklich gut tragen die uhr ist bis 10 bar wasserdicht hat eine nicht verschraubte krone also eine zug und druck krone insofern kann man sie wenn man möchte zum duschen vielleicht sogar zum schwimmen anziehen da es die uhr aber meines wissens nach nur mit lederband gibt muss man sich das gut überlegen das glas ist ein sehr sanft geschwungenes glas was aber nicht so ins gewicht fällt weil das aluminium sikalat glas lässt sich thermisch vorspannen muss also nicht geschliffen werden wie safir glas insofern lässt sich das hier relativ leicht machen das aluminium sikalat glas soll übrigens und das muss ich mal kurz nachlesen eine neunmal höhere druckfestigkeit haben als normales mineral glas ich bin sehr gespannt wie sich die uhr im alltag schlägt was ich sehr schön finde könnt ihr hier sehen das gesamte gehäuse ist poliert aber es gibt stufen im gehäuse das glas ist in einen edelstahl ring eingesetzt der sich mit einem kleinen in einer kleinen stufe einen kleinen schritt vom anderen gehäuse absetzt andere linetten haben hier eine schräge kante oder einen leicht gebogenen d ring hier ist es eine scharfe kante die rückseite ist das gesamte gehäuse poliert und diese uhr ist wie alle modelle aus der accuracy reihe auf 300 stück limitiert am arm fühlt sich die uhr ausgesprochen gut und komfortabel an was zum einen an der geringen bauhöhe liegt und auch an dem ausgesprochen geringen gewicht das glas hat noch eine besonderheit jean marcel nennt das mystery logo gegen ende des videos versuche ich das einmal einzufangen das ist nicht ganz einfach man muss die uhr etwas abkühlen muss etwas kühler sein man muss sie dann anhauchen und dann soll sich auf dem selffernblatt ein logo zeigen ich habe das selber noch nicht ausprobiert ich werde das gleich zusammen mit euch machen hier seht ihr euch noch mal die schöne abstufung des gehäuses finde ich außergewöhnlich habe ich so nicht bei vielen uhren in meiner sammlung und alles was so ein bisschen aus der reihe tanzt und ungewöhnlich ist mag ich eigentlich und es ist hier auch sehr sauber gearbeitet es sind keine scharfen kanten sondern doch relativ schön polierte kanten es kratzt nichts und trotzdem sieht es etwas außergewöhnlich aus also mir gefällt das wirklich außergewöhnlich gut das band ist ein gutes band es ist anfangs etwas steif aber das biege ich mir dann zurecht und trägt sich ebenfalls wie die gesamte uhr sehr angenehm am arm die krone ist zwar klein lässt sich aber sehr gut und komfortabel bedienen da es keinen kronenschutz gibt und bei einer ganggenauigkeit von unter einer halben sekunde im monat sollte man die uhr auch tatsächlich nur jeden zweiten monat zum datumswechsel stellen müssen insofern ist auch die bedienung der krone nicht wirklich ein entscheidendes argument für oder gegen die uhr die schließe ist eine standard schließe mit jean marcel gelabelt ist in ordnung gibt es nichts daran auszusetzen gibt es aber auch nichts außergewöhnlich positives zu berichten die schließe tut was sie soll hält die uhr am arm mir gefällt die schriftart der zwölf und der sechs sehr gut das verleiht der uhr noch mal ein kleines bisschen retro charme und ist für mich noch mal ein hingucker ohne diese ziffern auf dem platz wäre die uhr für mein dafür halten ein kleines bisschen langweiliger so finde ich das schon sehr interessant gemacht die dauphin zeiger sind mit leuchtmasse ausgelegt die uhr ist ein dresser und hat trotzdem leuchtmasse und die leuchtmasse leuchtet wie ach schaut es euch einfach nachher im video an dann seht ihr wie die uhr leuchtet die hörner sind ebenfalls poliert und leicht nach unten gebogen so dass die uhr trotz der 41 mm was für einen dresser ja relativ groß ist immer noch sehr komfortabel am arm sitzt und auch bei kleineren handgelenken definitiv nicht übersteht das datums fenster beziehungsweise das datums fenster ist nicht gerahmt finde ich sehr gut passt hervorragend zum schlichten auftreten der uhr das datums fenster selber die datumsscheibe ist weiß fällt nicht so stark auf weil das siffernblatt sehr hell ist erhöht den kontrast beim ablesen ist also in ordnung einige von euch wollten immer gerne sehen wie die zeiger gesetzt sind und wie die zeigerstellung auf der 12 uhr position ist und ich versuche bei meinen neueren videos immer daran zu denken das auch zu zeigen und deshalb gehen wir jetzt hier einmal auf die 12 uhr position und gucken uns an wie die zeiger gesetzt sind und ob es da vielleicht irgendein versatz gibt aber nach meinem dafür halten sind die zeiger absolut perfekt gesetzt sie überlappen sich zu 100 prozent also auch das kann man glaube ich nicht besser machen das ist natürlich eine uhr die ich jetzt direkt von jean marcel gekauft habe es ist keine präsentations uhr ist keine uhr die speziell für präsentationen für reviews für fotos hergerichtet wurde sondern das ist eine uhr direkt aus der serienproduktion gekauft und insofern gehe ich davon aus dass auch andere uhren einen solch exakt gesetzten zeigersatz haben und ich nicht einfach nur glück hatte hier habe ich übrigens mal die uhr angehaucht und da könnt ihr auf der 12 uhr ein j und ein m sehen das ist also das sogenannte mystery logo was sobald mein mein kondensat mein angehauchter atem von der uhr verschwindet auch wieder verschwindet und den klaren blick auf das blatt freigibt ich habe keine ahnung wie das gemacht wird ich will es auch gar nicht wissen es ist ein nettes gimmick da kann man also ganz gut dran sehen ob man ein original glas verbaut hat also das aluminium sikalat glas oder ob es ein nachträgliches glas ist was dann vielleicht nur ein ganz normales mineral glas ist finde ich ganz nett und habe auch jetzt nachdem ich das video gedreht habe und es ausprobiert habe immer mal wieder angehaucht weil es einfach ein ganz nettes gimmick ist wie ich finde ich sprach bereits um die leuchtmasse und wie die uhr leuchtet ja das ist also das leuchten der uhr wie ihr seht sind die indizes oder zahlen nicht mit leuchtmasse belegt die zeiger sind vergleichsweise klein und auch nur sehr dünn also auf einer sehr kleinen fläche mit leuchtmasse ausgelegt und leuchten dadurch auch nicht sehr lange die leuchtkraft der uhr ist danach zwei drei stunden kann ich die uhr noch ablesen aber ich habe ganz ganz viele uhren in meiner box die das wesentlich besser können was denkt ihr über die uhr sind 370 im black friday week oder 495 euro für eine solche uhr zu vielen natürlich ist es eine quartz uhr und selbstverständlich sind knapp 500 euro für eine quartz uhr richtig viel geld aber mit dem csc zertifizierten werk mit dem etwas besonderen glas auch wenn es kein safir glas ist ist es trotzdem kein 0850 mineral glas mir gefällt die uhr ich würde wirklich gerne wissen was ihr denkt erfreut euch an euren eigenen uhren bleibt bitte gesund und vor allem freut euch auf meine nächsten videos bis dahin tschüss neuer axel